Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Yoga-Sequenz richtet sich an alle, die unter Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich leiden. Und ich möchte euch ganz gern ein paar Übungen zeigen, wie ihr dagegen wirken könnt und natürlich auch, wie ihr Verspannungen in diesem Bereich vorbeugen könnt. Die Sequenz dauert ungefähr 20 Minuten. Wenn ihr also wisst, ihr könnt nicht so lange sitzen, dann nehmt euch gerne ein Hilfsmittel zur Hand, das ihr euch leicht erhöht setzen könnt oder setzt euch auch gern für ein paar Übungen mit dem Rücken an die Wand, wo es funktioniert, damit ihr einfach noch von hinten so ein bisschen Support habt und diesem Ein-Sacken-Einfallen entgegenwirkt. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, ich kann euch mit diesen Übungen helfen. Finde eine bequeme Sitzposition, gerne den Schneidersitz und wenn du möchtest, dann setz dich leicht erhöht auf einen Yoga-Klotz, auf einen Bolster oder auf eine gefaltete Wolldecke. Zieh dein Gesäß nochmal nach hinten und oben raus, bring die Hände auf deine Knie, richte deine Wirbelsäule auf, indem du deine Scheitelkrone nach oben schiebst und finde hier so eine ganz, ganz gerade und aufrechte Sitzposition. Und dann lass deine Rippen hier nicht so rausploppen, sondern sammel sie wieder ein, zieh deinen Nabel nach innen und oben. Wir beginnen mit dem Nackenkreisen, schließe dafür gern deine Augen und zeichne mit deinem Kopf halbe Kreise über vorne. und lass den Kopf dabei ganz schwer werden und kreise ganz genüsslich von einer zur anderen Seite. Schau wirklich, dass du nirgendwo gegen hältst. Entspann deine Schultern, entspann die Finger, die Hände und kreise wirklich ganz schwer deinen Kopf von einer zur anderen Seite. von links nach rechts und von rechts nach links. Noch zweimal zu jeder Seite, ganz genüsslich, ganz in deinem eigenen Tempo. Und dann pendel dich langsam wieder in der Mitte ein und mach die Kreise über hinten. Auch hier wieder halbe Kreise zeichnen. Von einer zur anderen Seite. Gib wirklich alles ab. Nimm alle Spannung raus. Kreise von links nach rechts, von rechts nach links. Aber verliere trotzdem deine Aufrichtung, deine Größe nicht. Lange Atemzüge hier. Augen geschlossen. Auch der Kiefer ist ganz entspannt. Und dann allmählich pendel den Kopf wieder in der Mitte ein. Wir machen weiter mit einem Nacken-Stretch. Dafür lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken und spüre die Dehnung auf der rechten Seite. Lass deinen Kopf hier wirklich ganz, ganz schwer. Halte nirgends mehr gegen. Und dann vertiefe ganz bewusst deinen Atem. Zieh die Atemzüge in die Länge. Mach deinen Atem vielleicht sogar für dich hörbar. Atme tief ein. Und vollständig aus. Nun bring deine linke Hand auf deine rechte Schläfe, um die Dehnung noch etwas zu intensivieren. Und dann zieh ihn nicht am Kopf, sondern lass deine Hand einfach ganz schwer aufliegen. Meist verstärkt ist die Dehnung schon ausreichend. Jetzt strecke deinen rechten Arm zur rechten Seite raus und spiele hier so ein bisschen mit der Höhe. Suche den größtmöglichen Stretch im Schulter- und Nackenbereich auf der rechten Seite. Aktivität bis in die Fingerspitzen. Und dann drehe deine rechte Handfläche Richtung Decke. Hebe mit der Einatmung deinen Arm nach oben. Und mit der Ausatmung drehe die Handfläche nach unten und den Arm wieder zum Boden senken. Noch zweimal so mit der Einatmung. Den Arm heben. Handfläche zeigt nach oben. Und mit der Ausatmung senken. Zurückkommen. Handfläche zeigt nach unten. Noch einmal so ganz genüsslich. Einatmen, heben. Und ausatmen, senken. Sehr gut. Dann führe deinen Kopf wieder ganz sanft zurück zur Mitte, Hände auf die Knie und lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Jetzt spüre die Dehnung auf der linken Seite. Atme tief und gleichmäßig ein und aus. Versuche auch hier nirgends gegenzuhalten und verliere deine gerade Aufrichtung nicht. Für mehr Intensität bringe jetzt deine rechte Hand auf die linke Schläfe oder ans linke Ohr und spüre den Zug im Nackenbereich auf deiner linken Seite. Tiefe ein. Lange Ausatmung. Die Hand liegt einfach nur schwer auf und reißt nicht am Kopf. Jetzt strecke deinen linken Arm zur linken Seite raus und spiele hier wieder so ein bisschen mit der Höhe. Suche den intensivsten Stretch. Für den einen ist es vielleicht weiter oben, für den anderen weiter unten. Spüre, nimm wahr, beobachte. Und dann dreh deine linke Handfläche wieder nach oben. Hebe mit der Einatmung deinen Arm und mit der Ausatmung Arm senken, Handfläche zeigt Richtung Boden. Auch hier noch zweimal mit der Einatmung den Arm heben, Handfläche zeigt Richtung Himmel und mit der Ausatmung absenken, Handfläche zeigt nach unten. Letztes Mal so mit der Einatmung heben und mit der Ausatmung zurück. Führe deinen Kopf wieder zurück zur Mitte. Hände ablegen, kurz nachspüren. Tief ein und ausatmen. Jetzt verschränke die Hände hinter deinem Kopf, lege die Daumen gern links und rechts entlang deiner Halswirbelsäule und lass dein Kinn Richtung Brustbein sinken. Und dann reiße auch hier nicht an deinem Kopf, sondern schiebe deinen Kopf, deinen Hinterkopf, eher etwas in deine Hände und ziehe die Ellbogenspitzen zueinander. Spüre die Dehnung im Nackenbereich und bleibe gerade im Rücken. Bleibe groß. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Noch zwei tiefe Atemzüge hier ein und aus und noch ein Atemzug einatmen. Den Kopf wieder mehr in die Hände schieben und ausatmen. Den Nabel zur Wirbelsäule ranziehen. Mit der nächsten Einatmung richte den Oberkörper auf, zieh deine Ellbogen diesmal nach hinten, öffne dich und mit der Ausatmung Kinn wieder ranziehen und dieses Mal hier richtig einrollen, wie so ein kleiner Igel. Die Ellbogenspitzen ziehen wieder zusammen. Mit der Einatmung richte dich wieder auf, öffnen, dein Brustbein zieht nach vorne und oben und mit der Ausatmung roll dich ein, mach dich ganz klein und rund. Noch zweimal genauso mit der Einatmung, öffnen, Ellbogen ziehen nach außen, schaffe dir Platz und Raum und mit der Ausatmung einrollen, ganz, ganz klein machen. Letztes Mal so, einatmen, wieder aufrichten, öffnen und mit der Ausatmung mach dich ganz klein und rund, wie ein kleiner Igel, ein kleiner Yoga-Igel. Wunderbar. Dann rolle den Oberkörper wieder auf und wenn du magst, dann wechsel hier ruhig mal deine Beinstellung. Also bring jetzt dein anderes Bein nach vorn. Weiter geht's. Mit der nächsten Einatmung hebe die Arme über die Seiten nach oben und mit der Ausatmung dreh dich auf zur rechten Seite. Linke Hand auf rechtem Knie, rechte Hand hinter dir aufgestellt. Mit dieser Einatmung finde Länge und Aufrichtung und mit der Ausatmung drehe ganz sanft auf zur rechten Seite. Dein Kopf bleibt hier ganz mittig über dem Brustbein ausgerichtet. Wirklich aufpassen, den Kopf nicht nach hinten reißen. So gewinnst du nichts, so stresst du nur deinen Nacken. Und da wollen wir ja gerade gegenwirken. Wir bleiben noch zwei Atemzüge hier. Mit der Einatmung finde Länge und mit der Ausatmung gehst du ein Stück in die Rotation. Noch einmal so einatmen und ausatmen, den Nabel einsaugen. Nächste Einatmung, rechten Arm heben und mit der Ausatmung zieh den rechten Arm lang rüber zur linken Seite. Dreh die Handfläche Richtung Kopf und zieh die rechte Schulter wieder mehr zurück weg von den Ohren. Spür die Dehnung in deiner rechten Flanke. Bleib fest verankert mit beiden Sitzbeinhöckern im Boden. Atme noch mal tief ein und in die rechte Körperhälfte aus. Noch einmal so tief ein und lang aus, Nabel einsaugen. Einatmen hier und mit der Ausatmung bring die rechte Hand aufs linke Knie oder den linken Oberschenkel, bring die Arme einmal gekreuzt nach oben, die Oberarme kreuzen sich und wickel noch einmal weiter rum für Adlerarme. Wenn du kannst, bring deine Handflächen aufeinander oder greife deinen Daumen. Wenn gar nichts von beiden geht, dann kannst du auch deine Hand Rücken aufeinander legen. Und dann zieh deine Ellenbogen nach oben, dass die Ellenbogen ungefähr auf Schulterhöhe sind. Bleibe groß, bleibe aufrecht. Mit der Einatmung zieh deine Ellenbogen nach oben und vorne und mit der Ausatmung lass die Schultern wieder tief sinken, zieh den Nabel ran. Noch zweimal, ganz bewusst, mit der Einatmung zieh die Ellenbogen spitzen nach vorne und oben und mit der Ausatmung Schultern tief nach unten sinken lassen. Spür die Dehnung zwischen den Schulterblättern. Noch einmal so. Einatmen, Arme nach vorne und oben höher ziehen und Ausatmung Schulterblättern tief nach unten sinken lassen. Sehr gut. Nächste Einatmung, langsam wieder öffnen, die Arme über die Seiten heben und mit der Ausatmung dreh dich auf zur linken Seite. Rechte Hand auf linkem Knie, linke Hand hinter dir aufgestellt. Mit der Einatmung finde wieder Länge, schieb deine Scheitelkrone nach oben Richtung Himmel und mit der Ausatmung geh in die Rotation, dreh sanft auf zur linken Seite. Mit der Einatmung werde wieder größer und mit der Ausatmung dreh nach links auf, lass deinen Kopf wieder ganz mittig ausgerichtet über dem Brustbein. Noch zweimal so. Einatmung, wachse und Ausatmung, dreh sanft auf, zieh den Nabel nach innen und oben. Letztes Mal, ganz bewusst, ein und ausatmen. Nächste Einatmung, heb deinen linken Arm lang nach oben und mit der Ausatmung zieh deinen linken Arm lang rüber zur rechten Seite. Linke Handfläche dreht zum Kopf, dass du wieder mehr Platz schaffst im Schulter- und Nackenbereich auf der linken Seite. Und nimm die linke Schulter wieder so ein Stückchen zurück ins Gelenk und zieh wirklich kraftvoll den linken Arm rüber nach rechts, gib Aktivität rein bis in die Fingerspitzen. Tiefe Einatmung, tiefe Einatmung, lange Ausatmung, spür die Dehnung in deiner linken Körperhälfte. Nochmal so ein und aus. Einatmen hier und mit der Ausatmung bring die linke Hand auf dein rechtes Knie. Jetzt heb die Arme wieder gekreuzt nach oben und wickel wieder einmal weiter rum für Adlerarme wie eben. Entweder wieder Handflächen aufeinander, Daumen greifen oder die Handrücken aufeinander legen, so wie es für dich und deinen Schulterbereich angenehm ist. Mit der Einatmung zieh deine Ellenbogen Spitzen wieder nach oben und vorne und mit der Ausatmung lass deine Schultern tief sinken, zieh den Nabel ran, bleib groß dabei. Noch zweimal so, mit der Einatmung Arme nach oben und vorne wegziehen und mit der Ausatmung Schulterblätter tief sinken lassen. Letztes Mal einatmen, Ellenbogen nach oben und vorne, spür das im oberen Rücken zwischen den Schulterblättern und ausatmen, Schultern wieder tief nach unten sinken lassen. Nächste Einatmung, bring die Arme wieder über die Seiten nach oben und mit der Ausatmung verschränk die Hände hinterm unteren Rücken. Bring die Handflächen so gut wie du kannst zusammen und dann öffne dein Brustbein. Schieb die Faust nach hinten und schieb dein Brustbein nach vorne und oben gern den Blick leicht heben. Zwei Atemzüge in den Herz- und Brustraum schicken. Wir wollen die Brustwirbelsäule wieder ein bisschen weit ein bisschen öffnen. Atme tief ein und aus und nochmal ein und vollständig ausatmen, Nabel einsaugen. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung lehn dich nach vorne, Stirn zieht Richtung Boden und die gefalteten Hände ziehen nach vorne von dir weg. Hierbei ist es nicht wichtig, wie weit du nach unten kommst. Der eine legt vielleicht deine Stirn ab, der andere ist noch ganz weit oben, es ist egal. Spüre nochmal in den Bereich zwischen deinen Schulterblättern. Lass deinen Kopf hängen. Atme tief ein und mit der Ausatmung schieb deine Faust mehr nach vorne von dir weg. Sehr gut. Noch ein Atemzug ein und aus. Nächste Einatmung. Ziehen die Arme wieder nach hinten, Oberkörper heben und mit der Ausatmung Hände lösen. Jetzt bring deine Finger auf deine Schultern und mit der Einatmung kreise die Ellenbogen über vorne nach oben und mit der Ausatmung über hinten und unten sinken lassen. Noch zweimal so mit der Einatmung Arme über vorne nach oben und Ausatmung über hinten und unten sinken lassen. Letztes Mal so ein und aus und dann machen wir die Kreise über hinten Einatmung, Ellenbogen spitzen nach hinten und oben ziehen und mit der Ausatmung über vorne sinken lassen. Ellenbogen nah an den Ohren. Nochmal genau so mit der Einatmung über hinten kreisen, Ellenbogen spitzen ziehen nach oben und ausatmen, sinken lassen. Letztes Mal ein und aus. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung zieh die Schultern hoch zu den Ohren, halte, halte, halte und mit der Ausatmung einfach fallen lassen. Noch einmal so. Einatmen, Schultern hochziehen, halten, halten, halten und ausatmen, loslassen. Sehr gut. Dann kreis jetzt einfach mal deine Handgelenke oder mach so eine Acht mit den Händen. Alles wieder neutralisieren. Auch hier alles wieder so ein bisschen lösen, ein bisschen lockern. Gerne nochmal die Hände überkreuz nehmen, die Hände zu dir ran und wieder weg. Und zu guter Letzt wollen wir unsere Handgelenke nochmal ein bisschen dehnen. Bring dafür den rechten Arm nach vorne, greife über deiner linken Hand deine rechten Finger, zieh sie zu dir ran und spür die Dehne in deinem rechten Unterarm und deinem rechten Handgelenk. Tief ein und ausatmen und an die Seiten wechseln. Rechte Hand greift durch die linken Finger, schieb die linke Hand nach vorne und spür die Dehnung in deinem linken Handgelenk und in deinem linken Unterarm. Die Handgelenke sollten natürlich nicht vergessen werden. Tief ein und ausatmen und dann löst wieder auf, alles auslockern und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt geschmeidig und entspannt. Wie immer freue ich mich natürlich über euer Feedback in den Kommentaren. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Schaut auch gerne mal auf Snapchat, Instagram und Facebook vorbei, wenn ihr mehr aus meinem Alltag wissen möchtet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer Yoga-Praxis. Macht's gut! Musik Musik Musik